Und aber doch, Hallöchen für YouTube, ihr seid jetzt gerade übrigens auch auf YouTube, ähm, ich habe hier ein wunderschönes Display, und zwar von The Infinite Forbidden, und das Ganze ist gesponsert vom, jetzt sehe ich das hier gerade erst, Halleluja, so richtig, vom Goat Empire Shop, deswegen ein großes, großes Dankeschön, der gute Oscar ist ja auch gerade im Chat, äh, ich habe das zugeschickt bekommen von denen, das ist ein Card Market Shop, ihr könnt da gerne einmal unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, für die Leute, die hier im Chat sind, Ausrufezeichen Goat, dann kommt ihr auf den Card Market Shop, da gibt es ganz, ganz viele tolle Karten, ich habe von denen auch diese wunderhübsche Matte bekommen, ich bin zwar kein Despier-Spieler, aber es ist eine sehr, sehr schöne Matte, und ja, und deswegen, äh, ein großes, großes Dankeschön, schaut auf jeden Fall mal sehr gerne vorbei, und, bin gespannt, was wir ziehen, habe ich was vergessen, ich glaube, ich habe nichts vergessen, für die Leute, die gerade kurz da sind, ähm, passt die Mucke, hört man mich gut, hört man die Mucke so leicht im Hintergrund, so dezent, damit das war's, in Graverpool, wäre mein Zweiter, ich habe, ein Engraver schon gezogen, aus, also ich habe zwei Displays bisher aufgemacht, ähm, und einen Engraver habe ich, ich habe auch die Spell selber gezogen, ähm, das Link 1, da geht ja nur noch 2,50 Euro oder so, und gerade geht ja auch dein Engraver auf 60, aber wenn ich hier nochmal einen Engraver ziehe, dann hole ich mir noch einen ran, und dann habe ich die Engine einfach da, aber ja, nee, ich glaube, hoffentlich passt das alles. Schön, dass du übrigens deine Mutti grüßt, ich grüße auch deine Mutter. Äh, nein, so, aber, ich glaube, ich habe nichts verpasst, ich glaube, Oskar ist auch da, deswegen, äh, grüße gehen raus, schaut da, wie gesagt, sehr gerne vorbei, guckt auch gerne bei The Way in den Streams vorbei, so, keine Ahnung, wir werden heute Online Locate spielen mit einem Deck, das ich sehr, sehr ans Herz geschlossen habe, deswegen, ja, Sound passt, dann haben wir doch das optimale Setting, ähm, jetzt die Frage, habe ich hier irgendwo, da ist mein Kuli, so, nämlich, wir nutzen jetzt diese, wunderschön, kennt ihr diese Billig-Kulis, nutze jetzt einfach ganz dreist den hinteren Teil, um das Ding hier aufzumachen, weil ich einfach ein wilder Typ bin. Wir überarbeiten gerade unseren Bestand stark, wenn ihr was nicht findet, so einfach anfangen. Sehr gut, guckt, da ist der, der Oskar auch drin, schaut da, wie gesagt, gerne einfach mal vorbei, ähm, das ist definitiv sehr cool, müsste auch, ich glaube, das Logo müsste ich ja hoffentlich eingeblendet haben, oder? Ich warte mal kurz, das müsste links oben in der Ecke eigentlich immer automatisch erscheinen, wenn ich nicht verkackt habe, das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich verkackt habe, die ist leider immer da, weil, weil ich halt leider, ich, okay, nein, ich hab's geschafft, guck mal, da ist es doch, da ist die geile Ziege, ähm, so, seid ihr ready? 24 Booster, das war leider hier oben ein bisschen angetischt, das wurde mir schon mitgeteilt, das ist aber voll in Ordnung, denn, wie wir sehen, das Display hat auch absolut nichts abbekommen. So, packen wir das einmal hier raus, packen wir das einmal hier hin, äh, da ist mein Trinken, das brauch ich für mich halt definitiv, aber bei dem Wetterkinners, hydriert bitte, hydriert. Du hast den Monat absolut verkackt, wundervoll, let's go rein in den Gamma, okay, ich hoffe, ich schaff's auch dran zu denken, dass ich das ein bisschen weiter links halte, sonst wäre das ein bisschen doof, wir machen natürlich den Kartentrick, komm mal, wir haben Direktsequenz, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Äh, ich hoffe, man sieht's auch gut, wenn was nicht passt, sag gerne Bescheid, dann haben wir auch Unterwelttöller Reflekt, schon die ganzen Melendium Eis, ach, by the way, weil ich's gerade noch, weil Flo gerade hier ist, hallo Flo, ich habe ja noch mehr Karten bekommen, äh, ich habe jetzt noch, ich hab dreimal die Lohe, den Schild und den Sengu-Jung, also die kann ich dir gerne mitbringen zur Arbeit, nur, dass du schon mal Bescheid hast, und je nachdem, was ich hier jetzt eventuell noch ziehe, weiß nicht, vielleicht brauchst du davon irgendwas nicht, so, nur damit du da schon mal Bescheid weißt, so, haben wir das Ding, ne Fledermaus, Moin Knight, by the way, Emblema-Lösung, Light End Sublimation, äh, Sublimationstrache, Lichtend, warum sag ich Light, das ist auf Deutsch, Bruder, kurz vergessen, und, dann haben wir, Gimmick Marionette, Phantastix, machinix, stimmt, da habe ich, glaube ich, einen Joke gemacht, dass das klingt wie ein fucking Gallier, aber ich packe das mal kurz hier hin, die kommen da hin, aber ja, Gimmick Marionetten, so Bruder, ne, können auch nix, no offense, aber die können halt, ja, machst du nix, trifft's gut, äh, die können, glaube ich, auch nix, abgesehen von FDK, ne, so, don't know, äh, mag die persönlich nicht unbedingt, ähm, das einzige Panelmonster, da haben wir Lakrima, dass die Karte auch einfach noch ne, ne Time-Karte ist, ne, Digga, hasse alles, wenn in der Tin nicht der originale, ähm, Skull Guardian drin ist, dann ergibt das keinen Sinn, dass es diese Karte gibt, ich bezahle doch nicht 350 Euro für ne TP2-Karte, die 2002 rauskam und ihn ein Reprint bekommen hat, like for real, das ist kein Skull Guardianmonster, das ist das Code, nur den originalen Skull Guardian, das ist so ein fucking Bullshit, ich mach das definitiv nicht, so, da haben wir SimSankt, MagiDolchMini und, die erste Ultra, unheimliche Seele vom Weißen Wald, vielleicht, ich weiß nicht, ob das Ding ich das noch brauche, aber da willst du es dir, glaube ich, nicht mehr holen, warum heißt die Erzieher, Erzieher? OTA ist kommen, es ist tatsächlich ein OTA Rare, das ist eine Rare, weil, offensichtlich sind dann 350 Euro okay, Arsila, unheimliche Seele vom Weißen Wald als erste Ultra, ich nutze gleich mal die Hüllen, die ich mir zurechtgelegt habe, zumindest für die Ultras macht man das, ja, Weißer Wald, keine Ahnung, ob das Deck großartig was kann, also, ich habe mich mit dem Deck tatsächlich nie beschäftigt, aber Yugi-Spieler lesen auch nichts, dementsprechend ist das voll in Ordnung, aber erste Ultra, guck mal, da haben wir Ragnar Raika, die hier nochmal ein bisschen zu Wort bekommen haben, so, und jetzt habe ich eine Frage, die Liga der Uniformen, Norman, warte, warte, die Liga der Uniformen, Nomenklatur streikt, ist das eine Anspielung an die Liga der außergewöhnlichen Gentleman? Ja, das Top 64 ist halt, keine Ahnung, pack zu allem Rooney rein, dann hast du Josh, nein, ist das eine Anspielung an die Liga der außergewöhnlichen Gentleman vom Namen her? Das würde mich sehr interessieren, weil ich habe da schon mit Liam ein bisschen drüber philosophiert, ob das eine Anspielung sein könnte, aber, ja, es ist by the way keine Ojama-Karte, die ist nur drauf, es ist halt, glaube ich, kann in Ojamas verwendet werden, aber es ist nicht explizit eins, oder wie Liam sagen würde, der komische Baum, Irmestil, danke, Lichtend haben wir nochmal, Nutu, den werden wir heute definitiv auch benutzen, Magidolce Mini, und dann haben wir Ragnarika, Bösschmetterling als Super, ich glaube Ragnarika hat hier auch nur noch Super Support bekommen, oder? Die haben, glaube ich, keine Ultra, ich glaube, die haben keine Ultra, können wir heute nicht einfach eine, eine Grave an Quarter ziehen und dann verkaufe ich den und hol mir dafür einfach beide? Das wäre doch fair, Sequenz nochmal, drei als einer, Cosmo-Königin, die Königin der Gebete, Vulmina, Dora Dora, schon zehn, wir sparen uns jeden Witz, Besi, beste Karte, Besi ist beste Karte, ich schwöre, wer auch immer auf diesen Namen gekommen ist, beste, beste, interdimensionaler Materie-Versender, und dann haben wir Unterwälzler-Schmied im Paradies, die haben eine Trap, der Leicht-Unterwälzler-Monster, der Stufe 7 oder höher, das du kontrollierst, legale Karten auf dem Spielfeld, die nicht jenes Monster sind auf den Friedhof, das ist actually not bad, falls dann Gegner ein oder mehr Monster als Spezialbeschuldung beschuldigt, solange sich diese Karte am Friedhof befindet, du kannst diese Karte verbannen, legale Unterwälzler-Schmied-Monster am Deck oder extra Deck auf den Friedhof, du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielfeld verwenden, legit, das ist, ich meine, ja, es ist ein Themen-Deck, man benutzt es bis jetzt nur als Engine, aber das ist halt echt nicht bad, du willst einen Unterwälzler der Stufe 7, Lichtunterwälzer der Stufe 7 oder höher aus, und alle anderen Karten werden auf den Friedhof gelegt, was halt auch noch, was halt basically Zeus ist, das ist halt gar nicht bad, das ist halt indeed gar nicht bad, musst du zwei Quarter in Graver ranholen, ganz sicher nicht, ich bin, ich bin, was das angeht, budget, ich, hol mir nur höhere Rarities, wenn sie nicht viel kosten, so, ich hab jetzt Droll geupgraded auf Secret, weil es nichts gekostet hat, aber wenn ich die Wahl hab, zwischen einer 30 Euro Karte und einer 2 Euro Karte, die ein Common ist, dann nehm ich die Common, ich habe ewig lange mit Commons Ash gespielt, bis ich mir dann irgendwann mal die, die Parallel Secret Tins aus der Tin geholt hab, Luftiger Fresser haben wir noch, DPS, Gendamore, Sangenkayo, und Drachenherrscher des Lichts und der Finsternis, den hab ich jetzt auch schon zweimal, den hab ich auch schon mal gezogen gehabt, auch ne schöne Ultra, mal gespannt, ob mit denen tatsächlich ein bisschen was gemacht wird, aber zweite Ultra haben wir tatsächlich schon, ziehen schnell viele Ultras, die Hälfte ist schon durch, dadurch verliert Desiree seine Materialien und hat keine in die Gätsmeile, es ist ja auch so ein Backup-Plan, es ist halt ein Backup-Plan, also wie gesagt, bad find ich's jetzt nicht, aber es spielst du halt nicht in der Engine, vor allem ist die Karte überhaupt wirklich searchbar, also ja klar, offensichtlich mit Engraver so, aber trotzdem, Vlamin ist Bombardierungsungeheuer, das ist glaube ich irgendeine Manga-Karte, die wurde im Manga glaube ich benutzt, Villa der grässlichen Puppen, ich hasse viel Spells, bei denen, die ein Monster unaffected bei irgendwas machen, so ein fucking, hasse ich schon genau so bei, bei Tenpai, so ein fucking Bullshit, so ja komm, die einzige Möglichkeit, wie man solche FTKs aufhalten kann, ist durch Hand-Trips, lass die mal, lass die mal immun gegen Hand-Trips machen, Leiden vom Weißen Wald, und ketzerischer Phobos-Kovos, der Name ist auch Bombe, so weiter geht's, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit überhaupt, noch eine Quarter zu ziehen, ich habe aus zwei Displays schon eine gezogen, ich weiß noch, als Liam und ich, die das Opening aufgenommen haben, das eine für meins und für seinen Kanal, und wir aus zwei Displays, Grüße gehen übrigens raus an, äh, den guten, äh, Sefcat, der hat gesagt, er hat mich gefragt, welche zwei willst du dich so, nimm einfach irgendwelche, und er hat mir zwei gegeben und beide hatten eine Quarter, war sehr schön, war sehr schön, äh, Abendstern, Gilsu, Magi-Deutsche-Dessert, Schocker-Garnele, Bomben-Name wieder, Ritter-Bewaffneter-Drache, der gerüstete Ritter-Drache, weil einmal nicht reicht, Nekorus-Prinzessin, beste Karte EU-West, Gaming-Marionette, kleine Soldaten, und Silhouette-Hase, jetzt hab ich den schon wieder, als erstes Secret-Rare, der Silhouette-Hase, den hab ich jetzt zweimal, also keine Ahnung, jetzt kann ich den einmal verkaufen, weil den brauchst du nur auf eins, aber erstes Secret-Silhouette-Hase, ist eine sehr coole Karte, und die Karte macht es jetzt auch definitiv cooler, wenn permanente Traps rauskommen, die du halt als Monster rufen kannst, Silhouette-Rabbit-Outed-Field-Spell, ja, und was machst du, wenn du Go-Second gehst? Jungfrau des Millennium-Mondes, sagt Neralka Seelenschnapper, Unterwäldler-Reflektion des Millenniums, ja, doch, war ich die Sequenz, des Unterwäldler-Schmids, Gimmick-Marionette, schreiendes Rind, Sankt des Unterwäldler-Schmids, Golem der Millennium-Schatz bewacht, Wächter der Stimmlosen Stimme, und CXC-Skimmick-Marionette, Fantastix macht nix, ist mir scheißegal, das Outziehen, ja, ich liebe es, aber kennt ihr Leute, die wirklich, also bei dir ist es ja offensichtlich Spaß so, aber kennt ihr die Leute, die wirklich als Argument benutzen, ne Karte ist ja nicht okay, weil du kannst sie ja weg, Kaiju, so soll ich jetzt 20 Kaijus im Deck spielen, damit ich ne Karte outen kann, ist das der Play? Zieh doch das Out, zieh einfach das Out, jede Karte hat ne Out, der Goon war auch kein Problem, keine Ahnung, alles gar kein Problem, einfach das Outziehen, so und, zweites Secret direkt, und zwar LZ vom Weißen Wald, jetzt haben wir aber sehr schnell alles zusammen bekommen, ich glaub das ist tatsächlich so ein bisschen ne Money-Karte, ich weiß grad nicht von den Weißen Wald-Karten, wie viel die davon geht, aber, jetzt haben wir eine davon, sehr cool, das heißt wir haben noch zwei Ultras, oder natürlich ne Quarter, in der Wald weiß das oder so, ist er das, ist der Wald weiß, ist der nicht eigentlich grün-braun, so, mal gucken, ziehen jetzt eh ne Quarter, alles easy, in dem Pack ist jetzt ne Quarter, und ich sag's, oh guck mal, Mond ist geschlossen, und Himmels, ich find das so lustig, dass diese Karte einfach so anticipated war, hast ne dritte drei Secret-Box, Broke Trust, probably, hatte ich das nicht letztens, ja doch, hatte ich das nicht in meinem Opening? Nein, stimmt, ich hab danach nochmal ne eigene Box aufgemacht, wo ich den Graver gezogen hab, ähm, und da hatte ich drei Secrets, aber drei Ultis nur, und ich find's wie gesagt immer lustig, dass die Karte das halt basically zum Breaking gebracht hat, und das, weil der Effekt relativ irrelevant ist, obwohl er auch nicht bad ist, ne? Und, Exot, Feuer der Wut, brauchst du das auch noch, Flo? Er ist bestimmt gar nicht mehr da, ich leg's ihm mal raus. So. Natürlich wieder Mond. Wieder das Desea, Unterweller Schmie, er hat auf allem noch eine Haltung, Magi Dolce, Finsternes End, Valmonica, und Desiree, heißt das eigentlich Desiree oder Desiree? Ich weiß es nicht, ich nenn ihn jetzt Desiree. Die Unterweller Schmied Fusion. Wie gesagt, davon hab ich alles außer, da, das Link 1er und zwei Dings. Mein Display, drei Secrets, vier Ultras. Das erste war richtig, Desiree. Okay. Ist schön, Desiree. Und hallo Dillinger. Geht ab. Ich nenn ihn, boah, wir nennen ihn jetzt einfach Desiree. Perfekt. Guck mal, der komische Baum ist wieder da. La Crema ist jetzt Le Creme. Abendstern, Girsu, Valmonica, wer, wer spielt Valmonica? Ähm, Meteor, oh gut, Meteor, der Drollton, wer spielt Drollton? Beste Karte. Zauberkarte, Seelentausch. Liam würde jetzt einer abgehen. Besi, so eine tolle Karte, ne? Liebe Besi. Besi ist, Besi gibt mir Kraft zu leben. Mementolanisches Schlafschaf, das Dessert, Ragnarayka, aber wieder die Jungfrau, Falleneinsammler, das Rind, der Materienverdichter, die Nekorus Prinzessin und da ist der Goat. Drytron, Meteoronis, D.A. Draconiden oder einfach kurz, dead. Wenn ihr mal kurz Zigaretten gehen holt, wisst ihr Bescheid. Jemand bei der, bei dem Nebenevent, auf dem ich Sonntag war, hat Valmonica gespielt. Ich bin mir grad nicht sicher, ich glaube, Flo ist, glaube ich, echt nicht mehr da, aber ich glaube, seine Freundin spielt auch Valmonica. Cosmo Königin, die Königin der Gebete, das Schlafschaf, die, die Mond, wollte ich schon sagen. Die Tante vom Mond, auf jeden Fall. Leidensweisen war es Meteora Drytron, äh, ne, Meteoroa, nicht Meteora. Wenn Meteora wäre cool, wäre es eine Linkenbank-Referenz. Grenamor, der Sankt und Mimigol-Erzeuger. Ha, eine Mimigol-Karte. Liebe es. Habt zwar jetzt schon alle, aber trotzdem. Wir haben eigentlich noch zwei Ultras. Wir können noch Ultras ziehen. Irgendwie Piuli verloren. In der Zeit haben wir einige Valmonica-Karten verkauft, war wohl kurz irgendwie im Hype. Keine Ahnung, hat Joshua Schmidt Valmonica Dings gespielt, Runic. Also eigentlich immer so ein Indikator, dass was hochgeht. Oder wenn er was getoppt hat, aber ich wüsste nicht, Moin by the way Leon, ich wüsste nicht, dass irgendwo Valmonica getoppt ist. Komm schon. Dann Kaio, Unterwälder-Schmied im Paradies. Zwei Ultras oder noch ein Secret, nehme ich auch. Nimm wohl der Zeuge von Vanquish Soul, let's go. Das hat doch jemand auch, glaube ich, on-stream gespielt, ne? Vanquish Soul, Mimigol. Hat der nicht sogar gewonnen? Aber die Frage ist, wie viel haben die Mimigols gemacht? Weil, ich spiele die ja mit Kashtira und ich muss tatsächlich sagen, die Kashtira-Karten machen halt ein bisschen mehr. Oh, ein betäubender Pilz. Guck mal, eine Kommen, die wir bis jetzt, glaube ich, noch nicht hatten. Mimigoldrache. Guckt ihr noch an diesen Goat? Und weil er ein Madlade ist. Aber ich finde es cool, Sachen einfach zusammenzuspielen, okay? Das ist cool. War irgendwann mal im Feature-Match nach dem Release der ersten Support-Welle. Die hauen da ja gerne auch sowas mal rein. Aber weißt du, ich darf auf der Deutschen Meisterschaft, obwohl ich 7-1 stehe. Ich stehe 7-1 mit Voiceless und die lassen mich nicht ins Feature-Match. Schon frech, muss ich sagen. Schon ein bisschen frech, weißt du, dann machst du 7-1 mit Voiceless und dann darfst du nicht. B.E. Und dann haben wir noch eine Ultra, das Pendel-Monster. Dick Blaster, die Annullierungsfestung. Annulliere die Karten-Effekte, die in der Spalte dieser Karte aktiviert werden. Wollt ihr übrigens einen coolen Funfact zu Drytron, wobei, den werde ich gleich sagen, erinnert mich gleich, ich will an den coolen Funfact zu Drytron erinnern. Erinnert mich bitte dran. Die wollten halt keinen Voiceless Voice-Report nicht, ich glaub's halt auch. Es ist so schade, das Deck ist halt nicht mal kacke. Es bringt's aktuell einfach nur nicht wirklich. Wir brauchen nochmal eine neue Support-Welle, eine zweite Lore oder sowas. Das wär cool. Oder Voiceless bräuchte ein Field-Spell. Keine Ahnung, ein Field-Spell, der dir, keine Ahnung, die Loos surgt und dann, stell dir vor, ein Field-Spell, der eure Spellentraps protectet. Das wär doch cool. Will er der grässlichen Puppen. Die Press-Part ist halt auch einfach eine unfassbar witzige Karte. Es ist so wundervoll. Vulmina, Statue des Heiligen Drachen. Was für zweite Loos. Einfach eine zweite Loos. So eine zweite Normal Summon. Das wär doch cool. Emblem-Erlösung, Valmonica, Werk, der Materielverdichter. Sangen, Kaio, Ragnaralka, Bösch, Schmetterling. Hey, beschwere dich nicht über nicht erhaltenen Support, weil ich warte auf meine zweite Post-Release-Aderkarte. Hat Dings nochmal Support bekommen, Vanquish Soul? Ich glaube nicht, ne? Die haben wirklich gar nichts mehr danach bekommen. Nicht nur mehr eine Karte. Was schade ist, weil hast du doch Diviner. Das zählt nicht. Ich meine so eine themeninterne Karte, okay? Necorus, komm schon. Lichtend, Leiden vom Weißen Wald, Dora, Dora. Und nochmal Zauberkarte, Seelentausch. Aber eigentlich müssten wir unter den letzten fünf Packs noch eine Ultra ziehen. Mindestens, komm schon. Excuse me. Was ist mit der Necros-Trap? True! Ach, ist es nicht schön, dass Klausulas Necros-Spell-Und-Traps adden kann. Es gibt keine Necros-Earth-Trap. Hallöchen, Dennis. Muss ja vom Weißen Wald. Er ist wundervoll, ne? Der Lichtend Sublimation ist schon zehn. Gebe ich mal, Ronette. Und Mimigold Dungeon. Das ist tatsächlich eine sehr gute Ultra, die tatsächlich auch ein bisschen was geht. Highlight-Pult. Also wir haben jetzt tatsächlich, wie es aussieht, alle unsere, nach Plan zumindest, unsere vier Ultras gezogen. Und unsere zwei Secrets mit dem Hasen und der LZ. Und der Dungeon ist tatsächlich, glaube ich, inzwischen die Ultra, die am meisten geht. Ich glaube, die geht fünf, sechs Euro tatsächlich. Also, kann mich nicht beschweren. Außerdem macht es auch einfach Spaß, ne? Muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben hier. Und ich nehme jetzt auch mal einen Schluck, weil ich gerade echt ein bisschen Durst habe. Ich muss tatsächlich sagen, mir sind die Secrets. Für uns sonst, das ist doch immer ganz nett. Der Schwabe in mir geht auf. Ich muss ja sagen, ich habe lieber die Secrets als das Link-1-Monster von Unterwälzer Schmied. Weil das geht halt noch 2,50 Euro oder sowas. Und der Hase, wow, kurz Voice Creek des Todes gehabt. Und der Hase geht halt zumindest noch knapp 10 oder so. Und die LZ müssten aber auch noch ein bisschen mehr gehen. Ich will leider fünf Minuten im Stream gehen und zum Sportnacht arbeiten. Macht das. Ich habe heute schon ein Dings geschleppt. Ein Ikea-Kalax-Regal 4x4. Und ich habe es auch aufgebaut neben mir jetzt. Weil, wenn ihr jetzt seht, das Ding, das Regal, was da jetzt neben meinem Bett steht, stand eigentlich hier links neben mir. Und die Karten, die ihr nicht sehen könnt, die sind hier in dem Schrank. Die kommen jetzt auch noch in den. Dadurch habe ich einfach ein bisschen mehr Platz. Und ich habe einen Gutschein bekommen von einem Freund. Das heißt, das Kalax-Regal hat mich nichts gekostet. Das war sehr schön. So, Nekorus-Prinzessin. Silvi. Und auslöschen, Lohe. Cool, jetzt habe ich die nochmal, die Super. Jetzt habe ich, Bruder, ich kann Flo alles geben einfach. Drei haben wir noch. Drei Stück. Wie lange hat der Aufbau gedauert? Das ging super fix. Da musste er ja wirklich nur stecken und acht Schrauben reindrehen. Legit. Eine halbe Stunde? Das ging tatsächlich gar nicht so lange. Das herschleppen war ein bisschen schwieriger. Vor allem, ich war halt so beim Ikea. Und der hat die Karte irgendwann mal bekommen, den Gutschein, schon Jahre her. Und ich wusste nicht mal, ob das überhaupt noch geht. Und bin dann quasi zum Ikea gegangen mit ihm und habe halt erstmal die Karte testen lassen, ob die überhaupt noch geht. Und dann so, ja, so ein 120 Euro drauf. Geht immer noch. Und das Kallax-Regal kostet 119. Und ja, dann halt das Regal mitgenommen. Erstmal geguckt hat, welche Nummer hat das. Einmal mitgenommen, zur Kasse gegangen. Die so, ja, da fehlt noch der zweite Teil. Und ich so, was? Und die so, ja, im Kallax-Regal, da gehört der zweite. Also wir brauchen das mit der Nummer 2 obendrauf. Dann muss ich nochmal zurückgehen, das mit der 2 holen. Und dann mussten wir beide, weil wir halt gelaufen sind, dieses komplette Ding quasi. Jeder ein so ein Ding, was ich glaube 17 Kilo gewogen hat, was vom Gewicht her geht, aber die Scheiß-Kartons sind scheiße unhandlich. Und mussten das dann quasi halt, ja, hierher schleppen. Das war angenehm. Wir haben auf dem Weg, lustigerweise, einen abgestellten Einkaufswagen gefunden und haben den dann einfach zweckentfremdet. Aber ja. Nice gratis Regal, definitiv. So, aber jetzt kommen wir weiter zu Yu-Gi-Oh-Karten. Ihr seid doch wegen Yu-Gi-Oh heute hier. Komm, wir ziehen jetzt eine Quarter. Gib mir eine Quarter. Gib mir eine Quarter. Gib mir das, keine Quarter. Das ist Magi-Deutsche-Königin Tiara-Fräs. Tiara-Fräs. Okay. Ich bin wegen euch hier. Oh, du Süßi. Hab mir heute einen englischen Hasen geholt. Nice. Ich hab jetzt noch einen deutschen. Oh, warte, ich sollte... Zwei Packs haben wir noch. Komm schon. Da muss doch noch den sein. Komm, da ist eine Quarter drin. Ich weiß es. Ich hab's doch in Morin. Zauberkarte Wiedergeburt haben wir. Die haben wir zumindest noch nicht gehabt. Okay, letztes Pack, Leute. Wir schaffen das. Komm, ich zeig dir einen englischen Hasen. Ach ja, die Werbung ist ausweilend. Die hat sich so in unser Hirn reingebrannt, ne? So. Jungfrau des Millennium-Mondes. Bettan Fledermaus. Villa der grässlichen Puppen. Ragnar Räiker Selene Schnapper. Falleneinsammler. Service Marionettenspiel. Emblema Erlösung. Sangenkayo. Und nochmal eine Desiree. Okay, haben wir zumindest nochmal eine Desiree. Ja, super. Damit sind wir tatsächlich am Ende. Und wir haben diesmal tatsächlich das war das erste Display, das ich hatte. Was nicht irgendwie special war im Sinne von da ist eine Quarter drin oder hier stimmt vor allem halt die Rarity-Verteilung mit vier Ultras und zwei Secrets. Das ist das erste von dem, was geklappt hat. Aber trotzdem, die Box-Fans-Kämpfer nach deinem Geld zurück. Nein, Mann. Marvin, sei nett. So, aber auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden. Also die Pulls sind tatsächlich sehr cool. Dementsprechend nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Goat Empire Shop. Deswegen super, super lieb. Schaut da gerne mal vorbei. Link ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich werde mal gucken, ob ich dieses Video hier direkt einen Tag nach dem Stream bringen kann und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und ansonsten wünsche ich allen Leuten, die jetzt gerade auf YouTube gucken, noch viel Spaß, denn wir werden jetzt auf jeden Fall noch in Online-Noquals reingehen mit dem Best-Deck Drytron. Von dem her ist der Neck. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.